Er hat vor über einem Monat schon einen Beitrag über die deutsche Kriegsberichterstattung zu Gaza gebracht. Beziehungsweise zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Wir können uns diese Reportage jetzt mal gemeinsam ansehen. Ich bin ziemlich gespannt, wie die so wird. Da werden, glaube ich, einige kritische Töne angeschlagen. Ich hatte das damals auf Twitter am Rande mitbekommen. Deswegen bin ich gespannt, ob diese Reportage es jetzt mal wagt, diese andauernde Kriegspropaganda in den Öffentlich-Rechtlichen, mit der wir von morgens bis abends zugedröhnt werden, zu kritisieren. Rauszufinden, wie groß das Vertrauen in die deutschen Medien ist, haben wir bei Infratest DIMAP eine repräsentativ angelegte Umfrage in Auftrag gegeben. Das Ergebnis? 40 Prozent aller Befragten haben sehr viel oder viel Vertrauen in die deutsche Berichterstattung zur Lage in Gaza und zur Auseinandersetzung zwischen der Hamas und Israel. 48 Prozent, also fast die Hälfte, hat wenig oder gar kein Vertrauen. 12 Prozent können... Sehr gut. Die Leute lassen sich nicht für den Kriegspropaganda manipulieren. Zumindest die Hälfte der Bevölkerung nicht. Und die 12 Prozent, die interessieren sich, glaube ich, einfach nicht für das Thema. Oder... Ja, sie interessieren sich wahrscheinlich nicht für das Thema. Also wenn dich für das Thema interessierst und dann die Öffentlich-Rechtlichen verfolgst oder eben aus Gründen nicht verfolgst, also daran kommst du ja kaum vorbei. Weil so rund die Hälfte der Bevölkerung lässt sich nicht die herrschende Kriegspropaganda verkaufen. ...oder wollen keine Angaben machen. Was sagen diese Zahlen aus? Ist das mehr Misstrauen als gewöhnlich? Carola Richter ist Professorin am Institut für Kommunikationswissenschaft der Freien Universität Berlin. Sie forscht unter anderem zum Thema Auslandsberichterstattung und ordnet das Ergebnis für uns ein. Das ist ziemlich viel für eine Umfrage zum Medienvertrauen, die repräsentativ angelegt ist. Normalerweise hat man immer so ein gewisses Grundvertrauen in die Berichterstattung klassischer Medien. Insofern ist das hier schon ein sehr bezeichnender Befund. Und das zeigt ja tatsächlich, dass offensichtlich in der Berichterstattung da auch ein gewisses Problem drin liegt, wenn es darum geht, Glaubwürdigkeit bei den Rezipienten. Und wie defensiv das formuliert ist. Wir haben es hier in Deutschland mit kompletter Kriegspropaganda zu tun. Das gilt für den Ukraine-Krieg genauso wie für den Aust-Konflikt. Bei unserer Umfrage fragen wir auch, wie ausgewogen wird die Berichterstattung zum Krieg wahrgenommen. 38 Prozent der Befragten nehmen die Berichterstattung als ausgewogen wahr. 31 Prozent finden, deutsche Medien ergreifen zu sehr Partei für Israel. Fünf Prozent der Befragten sehen eine zu starke Parteinahme für die palästinensische Seite. Ja, das sind die Leute, die Springer-Medien konsumieren. 26 Prozent können oder wollen keine Angaben machen. Es war doch... Ja, okay, die 38 Prozent, die das als ausgewogen betrachten, die stimmen jetzt ziemlich deutlich mit den 40 Prozent überein, die der Berichterstattung grundsätzlich vertrauen. Verwunderlich, dass das so stark zum Ausdruck kommt, dass circa ein Drittel der Bevölkerung sagt, es liegt daran, dass wir so einen starken Israel-Bias haben in der Berichterstattung. Und das ist schon, finde ich, bezeichnend, dass das offensichtlich etwas ist, was den Leuten auch ins Gesicht springt, wenn sie die Medien betrachten. In unseren Gesprächen hören wir vor allem Enttäuschung über die öffentlich-rechtliche... Ja, ich finde diese defensiven Formulierungen genial, aber grundsätzlich hat sie natürlich vollkommen recht mit dem, was sie sagt. ...die öffentlichen Sender. Die Ansprüche an diese scheinen besonders hoch zu sein. Das ZDF wollte uns kein Interview geben. Das ist so geil. Das ist so geil. Die Ansprüche scheinen hoch zu sein. Die Leute wollen nicht einfach die Meldungen der einen Seite unkritisch mitgegeben haben. Das ist ja ein hoher Anspruch. Die wollen tatsächlich die Position beider Seiten der Leute bekommen. Also das ist ja unglaublich. Die Leute erwarten heutzutage von den Medien. Aber Oliver Kör, Chefredakteur der ARD, ist bereit, mit uns über die Zahlen zu sprechen. Ich finde, das sind erschreckende Zahlen, also zumindest keine schönen Zahlen. Und ja, es ist natürlich, es sind die Medien insgesamt gemeint. Es ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk gemeint, sondern... Doch, ihr seid ganz im Besonderen gemeint. Ihr seid ganz im Besonderen gemeint. Also die Medien, also die Nachdenkseiten, denen kann man das, glaube ich, nicht vorwerfen. Alle Medien. Insgesamt ist es aber tatsächlich beängstigend, dass so viele Menschen kein Vertrauen in die Berichterstattung haben, auch dass das objektiv ist. Was sagt er zu dem Ergebnis, dass 31 Prozent die Berichterstattung als einseitig zugunsten Israels wahrnehmen? Es gibt mit Sicherheit ganz viele Gründe. Einer mag auch sein, dass in diesem Konflikt, in der Nahostfrage, sehr, sehr viele Menschen, nach meinem Eindruck, sehr fest auf einer Seite stehen. Ganz im Gegensatz zu den unparteiischen, öffentlich-rechtlichen. Also ich kann für mich sagen, ich stehe nicht ganz fest auf einer Seite. Ich sehe aber, dass die Öffentlich-Rechtlichen ganz fest auf der Seite Israels stehen, weil das halt im geopolitischen Interesse des Westens ist. Deswegen es auch schwierig ist, in deren Augen objektiv zu berichten. Da müsste man wirklich fragen, weshalb sind die Leute, sind die Menschen zu diesem... Israel ermordet einen, ermordet um einen Hamas-Kommandeur umzubringen, hunderte Zivilisten. Zählter Angriff auf Hamas-Kommandeur. Ich weiß gar nicht, warum die Leute mit solchen Schlagzeilen ein Problem haben. Zu diesem Eindruck. Oder Israel missbraucht im Westjordanland einen verwundeten Zivilisten als menschliches Schutzschild, in der Form, dass er sich vorne auf ein Auto schnallt, damit halt niemand dieses Auto angreift. Und als Schlagzeile der Tagesschau ist erstmal... Oder ich weiß gar nicht, ob es die Tagesschau war, aber Schlagzeile in Deutschland ist dann auf jeden Fall... Israel untersucht diesen Vorfall. Sollte nicht der Vorfall an sich erstmal Schlagzeile sein? Wenn die Hamas irgendein Gebäude als Schutzschild verwendet, dann ist doch nicht erstmal... Dann ist doch die Schlagzeile der Tagesschau nicht... Munition... unter Krankenhaus gelagert, Hamas untersucht Vorfall. So eine Schlagzeile würde es nicht geben. Die gibt es aber nur, wenn Israel gerade irgendein Verbrechen begeht. Weil man halt Israels Verbrechen whitewashen will. Wenn man erfahren will, wieso Menschen diesen Eindruck der Unausgewogenheit zugunsten Israels haben, ist hier ein aufschlussreicher Ort. Das Berliner Ensemble an einem Abend... Schaut euch die Berichterstattung an. Also wem diese Unausgewogenheit nicht ins Gesicht springt, der ist wahrscheinlich doch nicht selber auf der Seite Israels. Hier findet die Gesprächsreihe Gaza Talks statt. Das Thema heute Medien. Ja, mit Herrn Hoornstein. Also der ist auch basiert. Publikum. Ich habe das Gefühl, dass sehr wenige palästinensische Stimmen zu Wort kommen. Ganz wenig Menschen mit Expertise. sowohl in Talkshows als auch in den gängigen Zeitungen oder in der Tagesschau werden Dinge einfach auch totgeschwiegen. Und ich fühle mich ein bisschen unterinformiert, wenn ich mir die großen deutschen Medien angucke. Alena Jabarin ist Gastgeberin der Gesprächsrunde. Die Hamburger Journalistin ist Tochter eines palästinensischen Israelis. Sie hat bis vor kurzem auch für den NDR gearbeitet. Heute hat sie die Journalisten Hanno Hauenstein und Emran Feroz eingeladen. Alle drei haben eine ähnliche Sicht auf die deutsche Berichterstattung und teilen diese regelmäßig mit zehntausenden FollowerInnen auf Social Media. Wir dürfen die Diskussion nicht drehen, obwohl später daraus ein Podcast entsteht. Auch ein ausführliches Interview möchte Jabarin uns nicht geben. Okay, also die Diskussion wohl, dass ihr dann Dinge dreht, die die nicht veröffentlicht haben wollen. Das kann natürlich sein. Aber natürlich vertraut euch kein Mensch. Aber wenn das Ganze eh veröffentlicht wird, sehe ich jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte. Ich meine, das Problem bei Interviews mit den Öffentlich-Rechtlichen oder Gesprächen, die von den Öffentlich-Rechtlichen mitgeschnitten werden, ist ja normalerweise, dass die Öffentlich-Rechtlichen dann da was aus dem Kontext schneiden. Aber wenn das eher als Podcast veröffentlicht wird, ist das ja so nicht mehr möglich. Aber wir können nach der Veranstaltung ein paar Fragen stellen. Wie bewertest du denn die Berichterstattung in deutschen Medien zu Nahost? Ich glaube schon, dass wir ein strukturelles Problem haben in der Art und Weise, wie wir über Israel und Gaza berichten. Man verlässt sich viel zu sehr auf einen sogenannten Official-State-Journalism, sprich man interviewt dann eben Armeesprecher, Geheimdienstleute und so weiter und so fort. Exakt das, was ich sage. Man gibt die offizielle Darstellung der israelischen Regierung kritiklos wieder und lässt die andere Seite gar nicht zu Wort kommen. Also beim Hamas-Gaza-Konflikt, da hätte man zuerst galant zu Wort kommen lassen müssen und dann irgendein Sprecher der Hamas. Also was wäre denn daran das Problem gewesen? Und dann hätten die Zuschauer beide Äußerungen gehabt, können das vergleichen und sich eine eigene Meinung bilden. Was wäre neutrale Berichterstattung? Natürlich ist es klar, dass viele dieser Menschen ein gewisses Kriegsnarrativ führen. Es werden oft unkritisch sprachliche Bilder und Propaganda übernommen. Es wird Desinformation reproduziert. Der Vorwurf der KritikerInnen verläuft Also ich finde es auch, Hanno Hauenstein hat es ja gerade ziemlich deutlich gesagt, diese Formulierung, die ist extra nochmal defensiv gewählt. Also er sagt nicht, ja die Tagesschau macht Kriegspropaganda und betreibt Desinformation, sondern sie reproduziert Desinformation und übernimmt Kriegspropaganda. Also der Tagesschau wird unterstellt, dass sie noch guten Journalismus machen wollte, aber leider, leider einfach Erzählung von den Israelis übernehme. Ja, dabei hat die Tagesschau nie das Ziel gehabt, sachlich zum Bericht zu erstatten, sondern immer das Ziel gehabt, Propaganda für westliche Imperialinteressen zu machen. Outbarungsjournalismus. Narrative der in Teilen rechtsextremen israelischen Regierung oder der Armee würden in deutschen Medien unhinterfragt übernommen. Ob das wirklich ein strukturelles Problem ist, können wir nicht abschließend bewerten. Ja, ja, schaut euch eine Tagesschau an, schaut euch die nächsten Tagesschau an, schaut euch 100 Tagesshows zu dem Thema an, ihr werdet sehen, das ist ein strukturelles Problem. Da könntet ihr auch eine empirische Auswertung machen, ich meine öffentlich-rechtlichen haben auch genug Gelder, das kann man doch relativ einfach, wie häufig kommen Netanyahu und Galat zu Wort, wie häufig kommen irgendwelche Hamas oder Zbola Funktionäre zu Wort, wie häufig hat man hier eine Rede von Nasrallah gezeigt, wie häufig hat man hier Reden von Netanyahu gezeigt, das ist doch relativ einfach zu vergleichen, also das könnte man doch empirisch sehr schnell auswerten, dann wird man ein leichtes Ungleichgewicht finden, so viel sei schon mal vorweggesagt. ...Recherche, nicht jeder angebliche Fehler, der auf Social Media geteilt wird, ist auch ein eindeutiger Fehler, doch finden sich immer wieder Beispiele, bei denen es tatsächlich schief nicht um Fehler, es geht um israelische Kriegspropaganda, die von den öffentlich-rechtlichen unwidersprochen wieder übernommen wird, während die andere Seite gar nicht zu Wort kommt. Dieses hier von ZDF wurde online heftig kritisiert. Eine Rakete trifft ein Dorf in den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen und tötet dort zwölf Kinder. ZDF heute postet dazu auf Instagram Tödlichste Attacke auf israelische Zivilistinnen seit 7. Oktober 2023. Das klingt wie die nächste gezielte Attacke auf Israelis. Nicht klar wird, dies ist ein Zitat des Sprechers der israelischen Armee. Die örtlichen Behörden aus dem Dorf sagen dagegen, keines der Opfer hatte die israelische Staatsbürgerschaft. Die Drusen in den Golanhöhen sehen sich als Syrer. Die meisten der dort Lebenden wurden vertrieben. Es sind nur noch ein paar drusische Dörfer übrig in den Golanhöhen, die nicht von Israel zerstört wurden. Es scheint sich vor allem um syrische Drusen zu handeln. Hier wurde das irreführende Narrativ der israelischen Armee tatsächlich ungekennzeichnet vom ZDF übernommen. Das ZDF muss sich korrigieren. Ergänzt ein paar Tage später. Diese Quellenangabe fehlte auf unserem Post. Sie wäre zwingend notwendig gewesen. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Nicht nur, dass die keinen israelischen Pass haben. Dieses Gebiet wurde illegal von Israel besetzt gehalten. Wenn in Donetsk irgendwelche Zivilisten, die einen russischen Pass haben, die sich selbst als Russen sehen, wenn die durch ukrainische Rakete umkommen, wenn die durch Beschuss der Ukraine umkommen, dann werden die vom ZDF trotzdem als getötete Ukrainer geführt, nicht als getötete Russen. Warum geht man da bei Israel anders vor? Der Vorwurf des Verlautbarungsjournalismus trifft auch die ARD. Eine Schalte in der Tagesschau um 14 Uhr vom 10. Juli. Damals ruft die israelische Armee alle BewohnerInnen von Gaza Stadt auf, den Ort zu verlassen. Laura Gutkam in Tel Aviv. Wohin sollen die Zivilisten denn fliehen? Das israelische Militär gibt Informationen raus an die die Bevölkerung dort in der Stadt, vor allem über Social Media und auch durch die Leute haben kein Internet, die Leute haben keinen Strom. Wie sollen sie in diese Informationen kommen? Wenn dort 24 Stunden später Bomben abgeworfen werden, zumal Israel schon kurzenfach in den Sicherheitszonen, die es selbst ausgewiesen hat, Angriffe auf zivile Ziele geflogen hat. Also Israel greift an Dauer Ziele in diesen Sicherheitszonen an. Das heißt, nicht mal darauf können sich die Leute verlassen. Mund zu Mund kommt natürlich die Information an, wo die Menschen durch einen sicheren Korridor die Stadt verlassen können, um dort dann in den Ausläufen der Stadt in Schutzbunkern unterkommen können. Neun Monate nach Kriegsbeginn spricht die Reporterin von Schutzbunkern und sicheren Fluchtkorridoren in Gaza. Soweit bekannt, gibt es solche sicheren Orte nicht. Es sind Beispiele wie diese, die sofort geteilt werden in sozialen Netzwerken, sich rasant verbreiten und Vertrauen kosten. Ja, gut so. Gut so, dass es die sozialen Netzwerke gibt. Christian Limpert leitet das ARD-Studio in Tel Aviv, das inhaltlich für diese Tagesschau-Schalte verantwortlich war. Wir können mit ihm darüber sprechen. Aber das ist ein Falscher Absatz. Es geht nicht um einzelne Fehler. Es geht um die gesamte Berichterstattung. Lügen durch weglassen. Wie gesagt, die israelische Position wird immer mitgeteilt, die Position der Hamas so gut wie nie. Also, oder auch kritische Berichte von israelischen Medien kommen nicht zur Geltung. Also, weiß die deutsche Bevölkerung, wie die israelische Regierung versucht hat, einen Waffenstillstand zu boykottieren? Weiß die deutsche Bevölkerung, dass die israelische Regierung schon mehrfach Angebote der Hamas zur Freilassung aller Geiseln abgelehnt hat? Weiß das die deutsche Bevölkerung? Weiß die deutsche Bevölkerung, dass im Gaza-Streifen Tötungszonen eingerichtet wurden, wo Israel auf alles geschossen hat, was sich bewegt, und die Opfer dann als Terroristen klassifiziert hat? Das ist ein Bericht von Haaretz. Ist das die deutsche Bevölkerung? Nein, das weiß sie nicht, weil es nicht berichtet war. Und der natürlich auch unseren Ruf als Studio. Weiß die deutsche Bevölkerung, dass die israelische Armee gezielt Hamas-Kämpfer in ihren Wohnhäusern angreift, dass sie also bei der Tötung eines einfachen Hamas-Kämpfers, den Tod nutzender Zivilisten, bei der Tötung eines hohen Funktionärs, wobei Israel definiert, was ein hoher Funktionär ist, den Tod hunderte Zivilisten entkaufen. Weiß die deutsche Bevölkerung das? Massiv schädigt. Woher kam denn diese Information, dass es da Schutzbunker gäbe und sichere Fluchtkorridore? Ich kann dazu nichts sagen, weil ich natürlich jetzt auch keine, nicht über die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen urteilen will. Ich sehe einfach, dass ein Fehler, der so nicht passieren darf, massiven Schaden für unsere Arbeit nach sich zieht, bei der wir uns ja wirklich jeden Tag mit voller Kraft und voller Professionalität um differenzierte und objektive Berichterstattung bemühen. Für ihre Berichte zu Gaza sind Limpert und sein Team in vielen Fällen auf Informationen der Kriegsparteien oder von Hilfsorganisationen angewiesen. Was sagt er zum Vorwurf des Verlautbarungsjournalismus? Wir können nach wie vor nicht in den Gaza-Streifen. Das ist eine Sache, die uns wirklich beschäftigt. Israel lässt internationale Presse dort nicht rein. Ich kann nur sagen, wir sind... Und Israel tötet Journalisten, die dort vor Ort sind. Wir sind nicht die Pressestelle des israelischen Militärs, wir sind nicht die Pressestelle der israelischen Regierung, wir sind auch nicht die Pressestelle einer NGO. Das heißt, wir nennen unsere Quellen immer. Das Problem ist, dass wir in einem Kriegszustand sind und wir natürlich nicht wissen, ob die Angaben, die wir von welcher Quelle auch immer erhalten, ob die richtig ist. Dann gib doch einfach die Information beider Seiten wieder und überlasse dem Zuschauer die Bewertung. Das wäre doch nicht schwierig. Auch das machen wir in unseren Berichterstattungen. Ich kann dieses Gerede nicht mehr ab. Wir schalten gleich mal weiter. Ich habe jetzt keine Lust hier so lange und so berichten internationale Medien. Das könnte noch interessant sein. Obwohl, internationale Medien, da werden jetzt wahrscheinlich britische und amerikanische Medien, die etwas ausgewogener sind, die nicht so offensichtlich Propaganda machen, gezeigt, aber ja wirklich neutral sind die ja auch nicht. Die sind ja auch eher pro-israelisch. Wir sprechen mit vielen Menschen, die neben den deutschen Medien auch internationale Medien nutzen. Sie haben das Gefühl, dass es große Unterschiede gibt, wie über den Krieg in Gaza berichtet wird. Ein Beispiel, die Klage Südafrikas gegen Israel vor dem internationalen Gerichtshof. Der Vorwurf, Israel begehe in Gaza Genozid, also Völkermord. Am 26. Januar verkündet das Gericht eine erste Zwischenentscheidung. Israel müsse Maßnahmen ergreifen, um einen Genozid zu verhindern. So lesen sich die Schlagzeilen dazu in internationalen Sogar die Times of Israel. Okay, Herr Arez, liberale israelische Zeitung. Internationale Medien hier. Ich sage ja so andere große westliche Medien, die ähnlich berichten und in Deutschland ist das dann noch mal besonders pro-israelisch formuliert. Die Rolle von Social Media, die ist übrigens auch wichtig. In englischsprachigen Social Media gibt es sehr viel mehr israelkritische Beiträge als im deutschen. Also ich glaube auch deswegen können die englischen Medien sich eine zu pro-israelische Berichterstattung auch nicht leisten. Einfach weil die Leute sonst auf alternative Plattformen ausweichen würden. Vor allem im Englischen, da gibt es ja auch Newsangebote von überall auf der Welt. Also im Extremfall können die Leute dann einfach Al Jazeera schauen und dann kriegen sie halt die Berichterstattung, die das Emirat Katar will. Und das wollen die Mainstream-Medien auf keinen Fall. Deswegen können sie nicht zu pro-israelisch Bericht erstatten. In Deutschland, da gibt es weniger Alternativen. Deswegen können die Medien hier die Bevölkerung noch mehr... Also ich glaube, diese Sprachbarriere spielt da wirklich eine große Rolle. Deswegen kann man der Bevölkerung hier noch noch mehr von der Realität fernhalten, als das im englischsprachigen Internet der Fall ist. Enttäuscht ist von den etablierten Medien und ihren Berichten über Gaza, fühlt sich online oft besser informiert. So auch diese Besucherin des Gaza-Talks. Auch wenn ich nicht zu der Generation zähle, aber ich oute mich und sage tatsächlich, dass ich viel auf Instagram bin und auch tatsächlich TikTok konsumiere. Ausgewählt, nicht wahllos. Ich folge Menschen, die vor Ort sind, die einfach mit eigenen Ohren, mit eigenen Augen und mit der eigenen Sprache beschreiben, was dort passiert. Denn wo bitte sieht man das? Wo? Also ich sehe es in der deutschen Fernsehlandschaft nicht. Viele Menschen, mit denen wir für diese Recherche gesprochen haben, informieren sich nur noch über soziale Netzwerke. Die Berichterstattung von etablierten Medien nehmen sie deshalb oft nur noch wahr, wenn ein Account, dem sie folgen, diese kritisiert. Gut so. Ausgewogene Berichte bekommen nicht dieselbe Aufmerksamkeit. Denn zum ganzen Bild gehört auch... Ja, die es auch kaum gibt. Ich habe letztens auf eine Art-Doku reagiert. Die war ziemlich ziemlich gut. Die war ziemlich gut gemacht. Die hat über die israelische Rechte, über ihre Pläne gut berichtet. Also es gibt gute Beiträge bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sie sind leider in der deutlichen Minderheit. Schon seit den ersten Wochen nach Kriegsbeginn gibt es immer wieder Berichte, die sich mit palästinensischem Leid auseinandersetzen. Am 25. Oktober sendet die ARD eine Weltspiegel-Extra-Ausgabe zum Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung. Anfang November titelt der Spiegel auf seinem Cover Albtraum Gaza. Wie weit kann Israel gehen? Im Mai berichtet die Zeit ausführlich über die humanitäre Katastrophe im Gaza-Streifen und fragt Wer hilft ihnen? Doch in sozialen Netzwerken füttern einen die Algorithmen immer wieder mit denselben Sichtweisen. Unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema bekommt man selten. Es zeichnet sich ab, dass es tatsächlich so eine Form von Fragmentierung in der Bevölkerung geben wird und damit eben dann auch unterschiedliche Perspektiven gar nicht mehr miteinander in Bezug kommen, dass man sich voneinander abkoppelt, was Interpretationen von Ereignissen angeht, was auch Interpretationen von Politik angeht. In Köln treffen wir Johanna Hassoun. Die Berlinerin und Deutsch-Palästinenserin leitet einen Bildungsverein. Neben Comedian Abdul-Chahin ist sie eine der wenigen palästinensischen Stimmen, die mit deutschen Medien sprechen. Gemeinsam mit jüdischen KollegInnen gibt es die vor deutschen Medien eingeladen werden. So müsste es eigentlich heißen. Nicht die mit deutschen Medien sprechen. Wieder dieses Framing. Dieser Beitrag über das Framing in der Tagesschau was kritisiert wurde und macht das selber an einigen Stellen. Hassoun Workshops an Schulen in ganz Deutschland und spricht mit Jugendlichen über Antisemitismus, anti-muslimischen Rassismus und den Nahost-Konflikt. Israel vor der Staatsgründung. Aber die Frage ist nicht korrekt. Das ist schon nicht präzise gestellt. Aber zum Beispiel das hier ist kein Nachbar, das ist mal eine ganz gute Frage. Ja. Ja, ich habe es geschickt. Die Teilnehmelisten hast du. Heute sind Hassoun und ihre Kollegin auf dem Weg zu einer Schule in Köln-Mühlheim. Drehen dürfen wir dort nicht. Hassoun beobachtet große Verunsicherung bei den Jugendlichen. Die meisten Kinder hier in Mühlheim haben internationale Geschichten. Viele kommen aus muslimisch geprägten Familien. Ich nehme den Vertrauensverlust wahr, dass sie mir mitteilen, dass sie beispielsweise keine deutschen Nachrichten nicht haben. Sehr gut. Sehr gut. Also das ist eine gute Entwicklung. Gucken oder durchlesen, weil sie sich nicht wiederfinden. Und sie fühlen sich auch ungerecht behandelt, fühlen sich auch in eine Ecke gedrängt. Das müssten sie sich permanent beweisen. Da ist etwas kaputt gegangen und das müssen wir tatsächlich versuchen zu reparieren oder wieder aufzufangen. Was ist da kaputt gegangen? Vertrauen, Akzeptanz, Zugehörigkeitsgefühl. Und wie können wir das? Gut, also einem Land, das andauernd Kriegspropaganda macht, das sich einem Krieg beteiligt, den der Großteil seiner Bevölkerung ablehnt. Das gilt für die autoktone Bevölkerung genauso wie für die Zugewanderte. Das ist jetzt kein großer Unterschied. Auch die meisten Deutschen lehnen das ab, was da in Gaza passiert. Aber ein Land, das so macht, das entfremdet sich natürlich von seiner Bevölkerung. Ein Staat, der so handelt, der entfremdet sich von seiner Bevölkerung. Das geht jetzt nicht nur für Migranten. Das Reparieren, indem wir so viele Menschen wie möglich gewinnen können, die bereit sind, miteinander im Gespräch zu bleiben. Dann ladet doch mal palästinensische Stimmen ein. Also ladet von mir aus einen komplett pro-israelischen ein und dann ladet jemanden einen, der pro-Hamas ist und lasst die diskutieren. Werdet ihr nicht machen. Werdet ihr garantiert nicht machen. Weil dann klar würde, dass niejenigen, die hier als pro-palästinensisch oder BDS-Anhänger oder Hamas-Propagandisten oder Antisemiten oder was auch immer diffamiert werden, dass das eigentlich sehr vernünftige, gemäßigte Leute sind, die einfach nur Frieden wollen. So ist ja beim Ukraine-Konflikt auch so. Die russische Position darf nicht stattfinden, weil dann klar werden würde, dass Leute wie Sarah Wagenknecht eben eine sehr gemäßigte Mittelposition haben. Und eben genau deswegen darf auch die palästinensische Position in deutschen Medien nicht stattfinden. ...bleiben, diskutieren können, auch über ein schwieriges Thema wie den Nahost-Konflikt. Und zwar ohne Sprechverbote. Immer wieder hören wir, dass genau das in Deutschland nicht möglich sei. Ein Ereignis, das viele als Beispiel dafür nennen, ist die Preisverleihung bei der diesjährigen Berlinale und die Berichterstattung darüber. Bei der Preisverleihung deutliche Worte von drei Preisträgern. Der palästinensische Regisseur Basel Abra drückt seine Stimmung so aus. Es ist schwer für mich zu feiern, während tausende Menschen in Gaza von Israel abgeschlachtet und massakriert werden. Sein israelischer Co-Regisseur Yuval Abraham spricht von Apartheid im Westjordanland und der US-amerikanische Regisseur Ben Russell meint... Und natürlich stehen wir für einen Waffenstillstand und gegen den Genozid. Applaus im Publikum, aber eine Welle der Entrüstung in Politik und Medien. Völlig basierte Aussagen. Die antisemitischen Abgründe. Wenn man das Abschlachten 10.000 Zivilisten ist Antisemitismus zumindest im Hause Springer. Ja, das ist die Stimmung in Deutschland. Die Welt schreibt empört über die antisemitischen Abgründe auf der Berlinale. Die NZZ behauptet, die Berlinale endet mit einem... Die NZZ auch stabil pro-westlich. Antisemitismus, eh klar. Und die Bildtitel skandalisieren... Ja, das ist alles Hause Springer. Kann man ignorieren. Es sind die schlimmsten transatlantischen Propagandisten, die es gibt. Und das gilt auch für den Nahostkonflikt. Die sind sich wirklich für gar nichts zu blöd. Applaus für Antisemitismus. Skandalakte Berlinale. Ich war so verzweifelt bei der Berlinale, bei dieser Debatte, dass ich tatsächlich sogar jüdische Freunde angerufen habe und gefragt habe, war das jetzt antisemitisch? Nein. Also wer glaubt, dass irgendeine dieser Äußerungen, die uns gerade gezeigt wurde, antisemitisch sei, der hat sie nicht mehr alle. Der gehört an die Geschlossene eingewiesen. Von denjenigen, die auf der Bühne standen, auf der Berlinale, ist ein Semit. Oder auf jeden Fall kann ich nicht sagen, dass eine bestimmte Aussage, die getätigt wurde, eine semitische Aussage sei. Kann man durchaus sagen, das war eine anti-israelische einseitige Veranstaltung, es war niemand dort, die oder der beispielsweise Ja, wenn eine rechtsradikale Regierung kritisiert, anti-israelisch, es war gegen die aktuelle israelische Regierung gerichtet, das mag sein. Über die israelische Verschleppten gesprochen hat, es gab niemand, der 7. Oktober. Wenn man die Verschleppten freikommen will, dann braucht es einen Waffenstillstand. Die Hamas hat mehrfach angeboten, die Geiseln freizulassen, gegen die Freilassung der palästinensischen Geiseln, die sich in israelischer Gefangenschaft befinden, und gegen einen dauerhaften Waffenstillstand. Erwähnt hat, also es wurden nur Positionen sichtbar, die ganz klar auf der palästinensischen Seite standen. Nein, das stimmt nicht. Also, okay, sie waren vielleicht gegen die israelische Regierung, aber das waren auch keine Leute, die auf Seiten der Hamas stünden oder der palästinensischen Autonomiebehörde, sondern es waren einfach Leute, die für Frieden waren. Es ist die Friedensbewegung. Also das verstehen auch Leute, die einseitig positioniert sind nicht. Es gibt Leute, die wollen positionieren, die wünschen sich einfach Frieden. Darüber kann man diskutieren, aber das alles jetzt pauschales Antisemitismus zu betiteln wäre grob falsch. Ganz klar nicht israelbezogen Antisemitismus ist die Solidarität mit den Palästinensern. Der Wunsch eine palästinensische Stadt zu gründen neben der Stadt Israel ist nicht antisemitisch. Der Aufruf Free Palestine ist nicht antisemitisch. Es fängt antisemitisch zu sein, wenigstens sagt er das. In dem Moment, wo gleich damit auch Vernichtungs- oder Vertreibungsfantasie einhergehen. Wenn ich Juden insgesamt auf der Welt vor das Handeln Israel verantwortlich mache, das ist die Momente, wo eine legitime Kritik an Israel kippt in Richtung Antisemitismus. und natürlich gibt es auch auf Seiten also natürlich gibt es solche Extremisten, aber die meisten Leute, die sich für Waffenstillstand einsetzen, wollen eben, dass niemand vertrieben wird. Deswegen sind sie ja für Waffenstillstand. Die israelische Regierung hingegen, die würde lieber alle Palästinenser lieber heute als morgen vertreiben, wenn sie es denn könnte. Legitime Kritik, das ist auch das Ziel dieses Krieges in Gaza, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen und die Palästinenser dann in den Siena einzuschieben. Kritik an Israel und Palästina Solidarität schnell als antisemitisch bezeichnet werden, findet Abdul Jahin schwer auszuhalten. Und trotzdem sieht er, dass Antisemitismus ein reales Problem ist. Ich bin ein Palästinenser, der nimmt nicht jedem die Palästina Solidarität ab. Sag ich ganz ehrlich, so wie es ist? Nee, nee, nee. Das machen die ganzen Leute nicht alle vollumfänglich wegen Kontenheit oder sonst der Geier oder gegen Unterdrückung. Die meisten würde ich jetzt sagen, ja, aber viele vereinzelt auch haben antisemitische Motivation. Der Kampf um die Deutungshoheit darüber, was antisemitisch ist und was nicht, wird auch über die Medien ausgetragen. Ja, wir haben noch Springer. Springer hat in seinen Grundsätzen stehen, dass man Israel und das transatlantische Bündnis unterstützen muss. Also, das sind knallharte machen die seit Jahrzehnten und das ist bei denen auch nichts Neues. Und da mag die israelische Regierung noch so rechtsradikal sein, da mag sie noch so offen sagen, dass sie die Araber lieber heute als morgen vertreiben würde. Da kann sie noch so viele Zivilisten umbringen, die zu kritisieren, ist halt immer antisemitisch. Also, der Antisemitismus Vorwurf aus dem Mund eines Bildjournalisten ist nichts mehr. Wunsch nach mehr Repräsentationen, ich glaube, die können wir auch überspringen. Das ist alles relativ leicht erklärt. Wir kommen mal zum Fazit. Israel ist eines der schwierigsten Themen für deutsche Medien. Das Vertrauen in die Berichterstattung ist beschädigt. Nein, das wäre kein schwieriges Thema, wenn ihr einfach berichten würdet, was dort passiert und wenn ihr einfach alle Seiten darstellen würdet. Aber ihr wollt Propaganda verbreiten. Deswegen ist das ein schwieriges Thema, weil die Leute eurer Propaganda langsam nicht mehr glauben. Das ist ja beim Ukraine-Krieg ähnlich. Der meistgenannte Grund? Das Gefühl, die Medien ergriffen zu sehr Partei für Israel. Dieses Gefühl wird genährt durch Fehler in der Berichterstattung. Nein, dieses Gefühl wird genährt durch die gesamte Berichterstattung. Durch fehlende Perspektiven und dadurch, dass palästina-solidarische Stimmen teilweise auch von Medien diffamiert werden. Wir dürfen und sollen Debatten führen über die Berichterstattung. Wie kann es besser tun? Wo gab es Verfällungen? Sicherlich ist es oft schiefgelaufen, weil es ist einfach eine sehr schwierige Situation. Aber ich würde zu keiner Sekunde hier die These aufstellen, es gibt hier eine geplante Kampagne, um die Meinungen der Bevölkerung in Deutschland auf die eine oder andere Seite zu manipulieren. Wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Das ist natürlich vollkommen lächerlich. Die Medien geben vollkommen die Kriegspartei wieder. Überall so, wir versuchen die Fehler zu minimieren. Nein, versucht ihr nicht. Ihr versucht nicht offensichtlich zu lügen, weil man das widerlegen kann, sondern ihr versucht zu frame Lügen durch weglassen. Das ist dann eure bevorzugte Strategie. Fehler zu machen, das wird aber nie komplett gelingen. Die Medien haben eine sehr große Verantwortung bei der Berichterstattung, um so viele Menschen wie möglich abzuholen, damit wir vor allem junge Menschen nicht an Fake News verlieren. Ja, die Medien verbreiten doch Fake News. Ich verstehe auch ihre Logik nicht. Wenn man die Leute nicht an Fake News verlieren will, warum verbreitet man selbst Fake News? Dann ist es doch gut, wenn man die Menschen verliert, wenn man selbst Fake News verbreitet. Was passiert denn, wenn wir diese Menschen an Fake News verlieren? Wenn wir die Menschen an Fake News ist unglaublich. Dieser ganze Beitrag kannst du wegwerfen. Es ist unglaublich. Wie verlieren sie? Wie gesagt, ich dachte, das wäre ein kritischer Beitrag, hat er da ein bisschen was auf Twitter gehört, aber das ist ja wirklich üblich. Also so sieht Selbstkritik bei den Öffentlich-Rechtlichen aus. Es ist komplett lächerlich.